Ich glaube wir werden mehr Treppen brauchen. Aber vielleicht reicht es auch. Oh, das war nicht so schlau. So, da kommt ja das Ende hin. So. 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 Schlafenszeit. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir da drin jetzt noch keine Lichtquelle haben. Aber da habe ich vielleicht eine Idee. Die Idee Idee. Ba 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 ba. Schubi dobu. Wah 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 wah. Um. Um, um, um. Ah ja. Ich glaube, das sind die langweiligsten Folgen für euch, die es hier jemals auf diesem Kanal gab. Einfach, weil ich so scheiße still bin. Ich glaube, das ist die langweiligsten und die langweiligsten auf dem Kanal. Was genau habe ich da gerade gemacht? Ich bin gerade so irgendwie ein bisschen verpeilt, wo? Ein bisschen verpeilt. 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 Oh, wie schon. Ein bisschen verpeilt. oder so rein, ein Klumpen, 1, 2, 3, 4, 5, haben wir da auch. Ba, 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 bie, die, 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 die die dann brauche ich war hier nicht irgendwo ein seil ich das noch dabei ok stroh wollte ich fünf stück ich nehme einfach mal die hier mit ein paar matte da oben biebiede boop 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 da shubi doobidoo Hmm. Machen wir mal so. Muss ja nicht überall gleich sein, ne? So. Da, 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 wie du warst. Ah, der kommt ja natürlich nicht durch, ist klar. Kommen wir mit hier. Du bist der erste Gast im neuen Palast. Mh, 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 mh. Kommen Sie rennen? Können die hier raus? Eigentlich müsste es nicht gehen, ne? Eigentlich müsste das nicht gehen. Kommen Sie raus. Weißes Pferdchen. Da, 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 da. Vielleicht können wir ja noch Schilder hinmachen mit Namen. Oh. Komm, es wird Nacht. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Die, 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 die. Na komm. Lass mich schlafen. Dankeschön. Ah, mich stört hier noch ein bisschen was. Hier, das hier. Da muss vielleicht noch irgendwie eine Stütze oder irgendwas hin, damit das nicht so unrealistisch aussieht. So, haben wir jetzt hier noch, da haben wir noch ein Pferd, das oh, wir haben noch zwei. Okay, das hier kommt mal ein bisschen hier rüber. Nehmen wir mal das hier mit. Huch. Kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Hier wird nicht gefressen. Wenn ich so auf den Tacho gucke, sind wir ganz gut dabei, genau pünktlich fertig zu werden. So. Aber ich hab das, die können hier theoretisch rauskommen, wenn sie das, wenn sie nicht so doof sind, ne? Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Aber ich glaube, ich hab schon eine Idee, wie ich das lösen kann. Aber dafür muss ich dann nochmal kurz runter. tschau. Das war eigentlich nicht das, was ich wollte. Seil. Da. Ich meine, es müsste ziemlich doof gehen, dass die da wirklich rauskommen. Aber sie würden es können. Wenn sie das wollten. Okay, Chrissy kommt nicht in den Dingens rein. Die restlichen kann man wieder hier frei reinsetzen. Oh, du bist gar nicht gezähmt. Hm. Ja, dann... Müssen wir hier, glaube ich, was ersetzen, du. Du bist ja gezähmt. Aber du kannst irgendwo hier hinten erstmal hin. Dann kommst du hier rein. Obwohl, selbst wenn die da rausgehen, mein Gott, dann gehen sie halt raus, ne? Wäre jetzt auch nicht so tragisch. Die sind ja trotzdem noch umzäunt. Ne? Und zu guter Letzt die Chrissy. So, dann kann das Bett hier wieder weg. Das kann auch weg. Wir lassen die mal so drin. Mein Gott, wenn sie rauskommen, dann kommen sie halt raus. Ne. Dann ist es halt so. Ich gucke auf den Tacho und wir haben echt, äh, Timing. Wir sind hier... Komm in, Danny. Was ich noch kurz mache... Vorerst mache ich hier mal noch Fackeln hier dronnen. Ach, guck mal. Die gehen einander Hallo sagen. Oh. Hatten wir ja glatt was vergessen. So. Wir gehen wieder runter. An unseren üblichen Auslockpunkt. Zumindest, wenn wir hier zu Hause sind. Und dann war es das erstmal für heute. Ich bedanke mich schon auf dem Weg dahin, ne. Und wie gesagt, es tut mir leid, dass ich aktuell eher still bin. Und, ähm, ne. Dass überhaupt Folgen kommen, ne. Ist schon ein kleines Wunder. Aber ja. Lass nicht weiter drüber reden. Ne. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. In der nächsten Aufnahmesession. Bis dann. Und tschüssikowski. Bis dann im nächsten Mal. Besuch. Vielen Dank.